Eine Menge Interferenzen da unten. Mach dich auf was gefasst, Hüter. Hüter! Versuche die Störquelle. Not 6. kein Ende. Skorolas stören mit hohen Servitoren die Signale. Griffkriegstaktik. Fortgeschrittene Kriegskunst. Petra fällt vielleicht darauf ein. Aber nicht ich. Ich werde dich führen. Signale sind immer noch gestört. Wölfe müssen weiteren Servitor haben. Gehe weiter. Finde die Ursache. Es ist gut, mit dir zu arbeiten. Und Petra. Nicht jeder Gefallene ist verloren. Ja? Exzellent. Was auch immer du angestellt hast, dein Signal ist jetzt laut und deutlich. Variks, hörst du uns? Die Wölfe nähen sich einer alten Kommandozentrale hinter der Raketenbasis. Die Könige müssen sich dort verstecken. Ja, ja, ich bin hier. Könige werden nun auch Wolfsrudel sehen. Sie werden nicht erfreut sein. Falls Könige Hauswölfe vor der Attacke entdecken, findet Skorolas vielleicht ihn würdigen Gegner. Ich empfange hohe Aktivität aus der Kommandozentrale. Ich glaube, du hast ihre Servitor-Störungen gerade rechtzeitig beendet. Ich glaube, du hast ihre Servitor-Störungen gehört.